und seid damit ganz recht herzlich willkommen zu einem meiner neuen videos heute überlegt ganz privat video aufzunehmen für den spaziergang mit dem hund wuschel und da ist er wuschelmann ja haben wir 24 november bestimmt schon halb drei hier durch da ist man sehen kann ein bisschen beschissen grau bewölkt hat vorhin gerade ein bisschen geregnet ja ich bin jetzt hier gerade in den rüstenlager hier hinten lang gelaufen und ja man kann ein bisschen längeren spaziergang machen mit den kleinen hier ohne ohne spaziergang kommt er nicht mehr aus heute habe ich frei ein bisschen jetzt abschalten ruhe genießen konnte am besten in der natur naja mal gucken weiter geht wuschel ist ja nicht so jungen jungen jetzt nicht aber los ist ja phänomenal naja so wird hier noch ein bisschen so lang gucken das kann man ein bisschen an mal gucken ob man aber so einfach können parier kaputt gesehen ist einfach weiter weg und ja mal gucken ja 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 so video wollte ich schon immer machen mit mit schon gasse gehen spazieren gehen mit dem hund ja jetzt ich bin jetzt auch gerade ein bisschen erkältet und wie gesagt neue projekte auf youtube laufen auch schon ich habe schon ein paar folgen anno 1701 produziert wird jetzt auch demnächst bald kommen und ja dann wollen wir mal gucken wie das Wetter geht denn um so steht auch an und dann hoffe ich mal dass alle weltbesser wird mal gucken ja hier unten sind wir schon bald am büt hinten sind die koppeln der jens da hinten ja mal gucken ja mal gucken ja mal ein bisschen in die ferne schweifen lassen ja ich hoffe dass ich euch auch so weit ganz gut geht alle die mich abonniert haben lasst euch nicht unterkriegen macht euer ding lasst euch nicht sagen lasst euch nicht unterwuchten ja und jetzt machen wir mal einen blick in die ferne wuschel bleibt mal kurz stehen ja 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 und wie gesagt ich gebe mir mein bestes auf youtube aber mein rechner ist gerade auch nicht mehr der beste der jüngste und ich muss mal gucken was für ein nächstes projekt gelaufen also wie man wird noch mal anruf 1404 auch kommen und ja entschuldigung dann können wir einfangen hier den kleinen wuschel ja jetzt ein bisschen weiter weg aus ich bin ein bisschen hier dran das ist einfach mal der video weiter laufen gucken ob ich noch was sagen kann ein bisschen reden kann hat mir gerade so einfällt heute einfach mal jetzt so ein kleines spazier aufnehmen mit den wuschelmann wie sagt man mal sagt und ja dann sehen wir uns gleich am blühtsee wieder ein bisschen mit der kamera noch hin und her also ein bisschen die natur sehen kann ja na denn grau 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 alles nur noch grau na ja was immer machen november ich denke jetzt wie ich habe jetzt keine ahnung wie spät jetzt ist ich denke mal so in zwei stunden generell komplett duster ja sobald 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 ja schon riemakieren hoppala ja einfach schon mal beruhigend so ein kleiner spartieren abschalten gerade jetzt in diesem moment ein video hoch roller coaster taikon classic so spiel aus meiner jugend fertig früher in zwei jahren gespielt habe schon roller coaster mit dem freizeitpark aufbauen und dann corona hat man wenigstens dieses jahr martini mal schon erleben nach ihnen ja warum auch immer wieder richtig geil gewesen ich kann nur hoffen dass soweit irgendwie passiert dass man also schon im griff kriegen das war um wie wir bald normal leben können um die mal wieder weit jeden von uns der größte und schönste wunsch ach mein eh Da hinten ist der Bützi, ganz da hinten. Ich denke mal, wenn das Video online ist von Rollercoaster Tycoon, wird der Waldspaziergang hochgeladen, was ich jetzt gerade mache. Da waren noch Sturmschäden. Der Baum ist wirklich geknickt. Hochsitz. 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 Fussi, bring him home! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020